Läuft schon. Immer noch. Hager, wie viele Zähne hast du schon beim Eishockey-Spielen verloren? Ich hab schon vier Zähne verloren. Das Highlight hier, Patrick Hager. Das war der Münchner. Patrick von Hager. Hager, hier ist er! Hager! Was für ein Tor! Hager, Patrick Hager. Hager, Tor! Adelshauser, Hager, Tor! Hager und der Abschluss könnte nicht besser sein. Wenn du Stiri wärst, Patrick, was würdest du über Patrick Hager denken? Ist sehr interessant. Interessante Frage. Berechtigte Frage. Den jungen Patrick Hager hätte ich genauso oft rausgeschmissen, wie es tatsächlich passiert ist. Den erwachsenen Patrick Hager, glaube ich, kann ich mittlerweile auch bleiben. Däden wir heute dringen. Ich denke, wir sind mit dem Däden. Den Sie den Neues. Ich bin natürlich auch schon bei jedem Tag. Ich bin ein Tor, der in der Verkaufgabe aus der Verkaufgabe. Wir haben ihn auch viele Teiga! Und er stimmst du über den Tag.